Als wäre es gestern gewesen, sind wir schon wieder Hauptstadt-Eishockey, kurzer Wechsel Nummer 21 nach dem Spiel der Eisbären Berlin gegen die Iserlo Nussers, der Playoff-Auftakt. 3 zu 4 haben die Eisbären im Spiel verloren und darüber spreche ich. Frisch zurückgekehrt, braun gebrannt, Shampoos noch im Blut, aber trotzdem absolut schlecht gelaunt. Flo, zurück aus Dubai. Hi, wie geht's? Hi, geht so. Du hast gesagt, ich soll die Taste schon bereit halten. Ja, die kommt heute ein paar Mal zum Einsatz. Also mittlerweile geht's schon. Hätten wir so, wir sind nicht in einer Zeitspanne von Abpfiff bis zu einer halben Stunde aufgenommen, wäre es glaube ich noch ein bisschen ekliger geworden. Ohne jetzt alles schlecht zu machen, aber so zumindest zum Ende des Spiels, sag ich mal, ist der Puls und die Nachsicht gesunken, beziehungsweise gestiegen. Blöde an der Taste ist, dass die nur mich mutet und nur auf meine Stimme pfeift. Also insofern. Ja, ist doch schön, dann wird das hier für uns beide heute der letzte Podcast. Ich hab den ja eh mal schon als explizit markiert, also insofern können wir hier auch mal hier und da fluchen und meckern. Dann wird das heute explizit plus Premium. Explizit plus Premium. Ja, fangen wir doch mal an. Also die Eisbären haben wie bereits angesprochen drei zu viel verloren. Spielfilmen des Spiels, wenn man so will, gehen früh durch Matt White in Führungen, sieht bis dahin eigentlich alles gut aus. Powerplay-Tor der Iserloon Roosters, gleicht das ganze Ding dann aus. Merkirnen nach wunderschöner Vorarbeit von Lukas Reichel mit dem 2 zu 1. Ja, Iserloon kommt zurück. Merkirnen dann im Powerplay. Okay, die Führung. Und zu dem Zeitpunkt konnte man eigentlich davon ausgehen, dass das Spiel jetzt eigentlich so den Lauf nimmt, wie die Eisbären sich das vorgestellt haben. Aber Iserloon hat im zweiten Drittel überhaupt nicht zurückgesteckt. Dann hat natürlich die Whitney-Reihe, wir haben es eigentlich ja im letzten kurzen Wechsel mit Hannes, hatte ich es ja auch noch angesprochen, dass gerade diese Whitney-Reihe, die problematische Reihe bei den Iserloon Roosters, natürlich macht sie das 3 zu 3. Ja, und dann im Powerplay in doppelter Überzahl, eine Minute vor Schluss dann das Siegtor durch Brent Ober. Natürlich Brent Ober, auch den hatten wir angesprochen, weil der ja auch schon im Trikot der Grizzys Wolfsburg bevorzugt gegen die Eisbären getroffen hat. Soweit der Spielplan, soweit nicht der Spielplan, sondern das Drehbuch zu dem ersten Spiel. Ja, Flo, wie ist erstmal so deine Grundeinschätzung zum Spiel, bevor wir ins Detail gehen? Ja, vom Prinzip ja schon so, wie du es eben gesagt hast. Also sie haben ja nun wirklich gut angefangen, die Tore gemacht, generell das Spiel. Ich habe mir jetzt auch die letzten Spiele mal nicht aus dem Vogelnest angeguckt, sondern stand unten an der Bande. Und um da einfach so ein bisschen mehr mitzukriegen und ja, so doof wie es ist, aber die Gunst der Stunde mal nutzen und so nah wie möglich rankommen. Ja, man hat schon gesehen, zumindest kam es für mich so rüber, es war alles ein bisschen schneller, die Dynamik war halt drin. Es war viel mehr Körpereinsatz, es sah wirklich zum Anfang rund aus. Selbst nach dem ersten Drittel, wo es dann 2-2 stand, war es für mich noch nicht so abzusehen, dass das dann so läuft, weil es einfach gut aussah. War so, ja klar, Iserlund hat ihre Chancen genutzt, die haben vor allem die Powerplays genutzt. Ja, und dann hat sie es irgendwie so entwickelt, wie sie es entwickelt hat. Und ich könnte mich jetzt selber in den Arsch treten, weil ich natürlich eine große Fresse hatte und nach der Niederlage von Mannheim natürlich die Finger nicht still halten konnte. Und den Fan-Beauftragten-Kollegen in Mannheim angeschrieben habe, um kurz zu spotten und keine 40 Minuten später kriege ich eine Nachricht von ihm. Was da drin stand, muss ich nicht sagen. Wir planen jetzt schon so ein bisschen gemeinsam unseren Urlaub. Eine Kreuzfahrt wird favorisiert. Mal gucken. Ja, und dann hat sie es halt entwickelt. Es waren, mich ärgert ja nicht mehr, dass das, naja, wie, keine Ahnung, oder dass man verloren hat. Das ärgert mich tatsächlich nicht mehr, sondern mich ärgert der Weg dahin und vor allem das letzte Drittel. Vor allem diese vielen dummen Strafen, die einfach kamen. Ich hatte es vorhin mit meiner Mitfahrgelegenheit jetzt auf dem Heimweg angesprochen gehabt und besprochen. Heute hast du dir als Team irgendwie selber im Weg gestanden damit. Es waren Strafen dabei, wie bei Nöbels. Das Theater da, alles gut. Da geht den Jungs schon Spieler an, da gehst du hin, alles schön. Aber dann den Punkt dann noch so wegzuschlagen, okay, Emotionen, als Nöbels muss man sich das vielleicht auch einfach klemmen. Warum es dann da zehn Minuten kam, keine Ahnung, verstehe ich nicht, ohne jetzt irgendwie ein Schiri-Bashing zu machen. Aber da fand ich halt auch, dass die Linie halt aufgehört hat oder sich geändert hat bei denen. Wo zum Anfang, zum ersten Drittel die Aktion mit Ankert war das gegen Foucault, der nach Abpfiff dann auch meint, Foucault da am Weg zu stehen, stehen zu müssen. Und die zwei Minuten kriegte, da habe ich gedacht, okay, hey, enge Linie vom Schiedsrichter gespannen, aber bis hierhin okay. Und dann gab es halt so Sachen, die für mich nicht mehr, also ich kann es mir nicht erklären, beziehungsweise kann ich es nicht nachvollziehen. Wie gesagt, mit Ankert, der nach dem Abseits Foucault da jetzt noch meint, eine mitzugeben, kriegt zwei Minuten nach dem Tor von Markierenden, wo es warum auch immer dann nochmal zu einer kleinen persönlichen Vorstellung kam, der Spieler, gibt es gar nichts. Und bei der Nummer bei Nöwitz gibst du zehn Minuten, wo ich mir denke, ey, fünf hätten da auch gereicht. Dann wäre es okay gewesen und dann wäre es schöner. Warum du da zehn Minuten gibst wegen so einer Scheiße, verstehe ich nicht. Und hinten raus dann auch, es gab so viele Sachen, wenn man die Richtlinie von der ersten, von dieser Ankertstrafe nimmt, gibt es so viele Sachen hinten raus, die er nicht gegeben hat oder zu hoch eingestuft hat. Bei Iserlohn waren auch Strafen dabei, die man so nicht hätte vielleicht unbedingt geben müssen. Das fand ich halt auch einfach sehr durchwachsend. Aber wie gesagt, ohne jetzt auf den Schiri zu kloppen, der war ein Spielentscheidend. Das waren halt, wie gesagt, die Kleinigkeiten. Und beim Nimm-3-3 zum Ende fängst du an, dumme Strafen zu machen. Die von Ulva vorm Tor mit dem hohen Stock, das nehme ich nicht mal mit auf die Liste. Ja, doch. Ja, zum Zeitpunkt ist es dumm, aber wiederum ist es eine Situation, die 25.000 Mal vorkommt im Spiel. Der Spieler ist für seinen Schläger verantwortlich, müssen wir nicht drüber reden, alles gut. Dass er halt zu dem Augenblick passiert, eher bescheuert. So, aber die Masse einfach, die hat mich einfach so aufgeregt. Weil du, wie gesagt, du standst dir einfach damit Gottverdammt selber im Weg. So, und hast jetzt durch diese Best of Three, hast du am Donnerstag in Iserlohn schon Du-or-Dye-Spiel. So, was du dir hättest sparen können. Zu dir, also Nöbitz, die Zehner, hat er ja bekommen, weil er die Scheibe weggeschlagen hat, richtig? Mhm. Unsportliches Verhalten. Ja, ist unsportliches Verhalten, ist wie Schiedsrichterbeleidigungen oder Meckern von Trainer auf übertriebene Art und Weise. Auf den Schiedsrichter gibt immer eine 10-Minuten-Strafe. Da hat man dann als Schiedsrichter auch nicht wirklich Spielraum, sag ich mal. Da kannst du keine Fünfer für geben. Ja, aber auch da, ich weiß, ich verstehe dich, ich verstehe dich, aber wie gesagt, ich fand's einfach, es war unglaublich kleinlich. So, es war meine Fresse, so, was war denn das letztes Wochenende bei irgendeinem Spiel? Keine Ahnung. So, da ist Ising gegen ein Team, der Ene-Spieler fährt nochmal zur Scheibe und schiebt ihn nochmal tiefer ins Drittel, damit der Linesman nochmal zwei Meter mehr hat und die nochmal zwei Sekunden mehr Luft kriegen. So, passiert nichts. So, jetzt hast du so ein Ding, wie gesagt, dumme Aktion von Nöbelz. So, das ist für mich einfach eine dumme Aktion. So ein gestandener DEL-Spieler und so eine Leitfigur wie Nöbelz sein soll, darf so einen Scheiß nicht machen. Das ist Fakt. So, aber warum du dann bei dem Kack so durchgreifen musst und dann bei einem anderen Scheiß, gibst du nichts. So, wo einer grundlos nach einem Tor oder zu demjenigen geht, der Torjubel macht und da jetzt noch mal die Handschuhe riechen zu lassen. So, das, weißt du, was ich meine? Das hat für mich irgendwann keine Linie mehr gehabt oder zumindest nichts Nachvollziehbares. So, wo ist denn jetzt die Grenze? So, es ankert die Grenze, es ist keine Grenze. So, das fand ich halt einfach, das war schon sehr, sehr schwer, irgendwie da irgendwo was nachzuvollziehen. Und wie gesagt, unabhängig davon, dass man einfach zu viele Strafen genommen hat, so in verdammt ungünstigen Situationen und dadurch Iserlung herankommen lassen kann. Und die dann auch noch mit dem Whiteney das Tor, also er hat versucht zu schießen, aber das war eigentlich mehr so ein Upsi, weil so wollte er ihn bestimmt nicht machen. Ähm, die haben dann auch noch das Glück und netzen dann da halt ein, ja, da ist dann, keine Ahnung, Glück des Tüchtergegen oder sowas, oder wie der Scheiß heißt, keine Ahnung. Ähm, also mehrere Faktoren. Ich fand die Linie eigentlich okay. Also es war mir, also klar kann man sagen, es war kleinlich für ein Playoffspiel vielleicht zu kleinlich. Andererseits, ähm, wird ja auch immer, also bin ich ja auch immer vorne dran, der, der dann argumentiert so, warum, warum ist das Regelbuch in der, in der regulären Saison so groß und, äh, in den Playoffs ist es nur noch so zwei A4-Seiten. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Da habe ich, da habe ich auch ein großes Problem mit, weil es halt vor allem Mannschaften nicht entgegenkommt, die eher technisches Tempo-Eishockey spielen, wo man, wo ich ja die Eisbären auch eher einsortieren würde. Die spielen ja eher dieses skillbasierte Eishockey und nicht dieses harte Eishockey. Und Playoff-Regelauslegung vieler Schiedsrichter ist ja dann mehr, kommt ja dann mehr diesen harten Teams entgegen. Will jetzt nicht sagen, dass Iserlohn ein hartes Team wäre, also, also, weißt du, ich will jetzt da jetzt nicht quasi, die Eisbären sind so und Iserlohn wäre so. Ich fand, die, die Linie war meiner Meinung nach ausgeglichen und, und nicht, weil ich fand jetzt nicht, dass das Iserlohn oder die Eisbären in irgendeiner Form bevorteilt wurden. Äh, ich finde, Aktionen wie die von, von Nöbels sind einfach dumm. Das muss man auch so benennen. Da musst du als, wie du gesagt hast, als gestandener Spieler dann halt auch einfach cleverer sein und deine Emotionen unter Kontrolle haben. Und ich weiß nicht, ob es eine Reaktion auch für ihn persönlich darauf war, dass er jetzt die letzten Wochen halt auch, ja, nicht so ganz in Form zu sein scheint. Und ich fand ihn auch zu Beginn des Spiels nicht, nicht so stark, nicht so präsent. Ähm, können wir auch gleich noch drauf gucken. Da kommen gerade auch, äh, seine Position im Powerplay. Ich finde, da ist er momentan nicht optimal, äh, besetzt. Das, das Powerplay generell sah komisch aus, aber da, lass uns da gleich drüber reden. Ähm, und dann sage ich dir ganz ehrlich, die Aktion von Olver, die dann zur 5 gegen 3 Überzahl führt, trifft Olver den Iserlohn, ich weiß nicht, wer es war, aber trifft Olver den Iserlohn nicht so deutlich im Gesicht. Nichts, also, er trifft ihn ja wirklich klar im Gesicht. Da kann kein Schiedsrichter sagen, oh, ich nehme den Arm jetzt nicht hoch. Nee, nee. Geht der Schläger ganz knapp am Helm vorbei oder trifft er ihn am Helm oder so, ne? Und der, also, es ist trotzdem hoher Stock. Ich glaube, dann geben sie die Strafe nicht, weil dafür ist es dann doch wieder Playoffs, Schiedsrichter, letzte Minute, äh, und Iserlohn spielt schon den Überzahl. Aber dadurch, dass es so deutlich hoher Stock war, blieb gar keine andere Möglichkeit. Und dann kommt der andere Punkt, wo ich sage, weil du meintest, das ist gar nicht mal so das große Problem. Ich finde, die Aktion von Olver deutlich schlimmer als die Aktion von Ramage. Die Aktion von Ramage würde ich sogar eher sagen, da gibt es Schiedsrichter, die lassen das durchgehen. Das war ein Zweikampf, wo Ramage sich nicht clever angestellt hat, aber es war ein Zweikampf. Aber die Aktion von Olver, du hast gerade eine 2 auf 1 in Unterzahl gehabt, die du nicht nutzen konntest. Meine Fresse, lass den Schläger auf dem Eis und versuch wieder in die defensive Position zu kommen. So, ich finde, also ich habe irgendwie jemanden auf Twitter gelesen, der meinte, sie hätten zu aggressiv in Unterzahl gespielt. Fand ich nicht. Wenn du so eine Situation, so eine Chance hast, dann musst du die nutzen. Ja, klar. Aber du kannst nicht dann einfach versuchen, den Schläger des Gegners anzuheben, weil halt auch das Risiko so hoch ist. Und insofern war das einfach nicht clever. Wir haben es ja im anderen kurzen Wechsel auch angesprochen, wo wir kurz auf die Serie geschaut haben. Es gibt zwei Faktoren, die bei Iserlohn kritisch sind. Das ist die Whitney-Reihe und es ist das Special-Team, das Powerplay von Iserlohn. Den zwei Sachen musst du aus dem Weg gehen. Ich fand, die Whitney-Reihe haben sie in dem Spiel eigentlich gut unter Kontrolle gehabt. Da kam nicht viel bei 5 gegen 5. Das war klar, das eine Tor, das kann dir passieren. Wenn du jetzt sagst, du hast das eine Tor von Whitney und du hast zwei Powerplay-Tore, gewinnen die Eisbären das Spiel. Also wenn du die beiden Powerplay-Tore rausnimmst, wenn du sagst, okay, Whitney macht zwar sein Tor bei 5 gegen 5, aber die Eisbären gewinnen ja dann trotzdem 3-2, weil du die Powerplay-Tore von Iserlohn rausnimmst. Oder 3-1. Egal. Rechnung geht nicht auf. Ist egal. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Die Eisbären gewinnen das Spiel, wenn sie den anderen Faktor Iserlohn in Special-Teams bringen oder Iserlohn in Überzahl bringen, nicht zulassen, dann gewinnen die Eisbären das Spiel. Das war der große Faktor. Und ja, also das ist halt der Punkt. Um nochmal ein, zwei Sachen klarzustellen. A, ich find's geil, dass du gesagt hast, mit Hannes hat's dir mehr Spaß gemacht und wir haben jetzt hier so einen Einstieg. Was, ich hab nicht gesagt, mit Hannes hat's dir mehr Spaß gemacht. Doch, doch, hast du zum Ende gesagt. Zum Ende hat Hannes gesagt, er hofft. Ich hab gesagt, es war witziger. Naja, ist doch dasselbe, witzig, Spaß. Ist doch alles ein und dasselbe. So, weißt du, ich bin jetzt wieder da und jetzt ist es vorbei mit Lustig. Der Shampus war nicht gut. Ja, meiner hat dir ballert, sag ich dir. Nee, zurück zu der Oliver-Geschichte, da haben wir uns dann vielleicht missverstanden oder ich hab mich einfach ungünstig ausgedrückt. So, ich bin da völlig bei dir, dass das zwei Minuten sind wegen hohem Stock, da müssen wir nicht drüber reden. So, mir ging's halt eher um das Timing. So, wie gesagt, hab ich mich vielleicht einfach gerade ungünstig in Rausch-Emmotionen ausgedrückt. Also legst du dann doch auch die Verantwortung in Olvers Hände? Na klar, weil er den Scheiß Schläger in der Hand hat. Dann hab ich dich da tatsächlich falsch verstanden. Da gibt's keine Diskussion, so, da geh ich ja völlig mit bei der Regelung. Der Spieler ist für seinen fucking Schläger verantwortlich. So, und klar hat er versucht, den hochzusnappen und hat den nicht erwischt, den Schläger, sondern den Kopf vom Iserlohner. So, und das halt sichtbar. Dass das zwei Minuten sind, da müssen wir nicht drüber reden und das hat auch nichts mit Playoff-Härte oder sonst was für einen Scheiß zu tun. So, da geh ich völlig mit. Dass das Spiel an sich härter und kniffliger und Kleinigkeiten sind, ist klar. Dafür ist es auch irgendwo Iserlohn, die auch so ein gewisses Spiel haben. So, die sind vielleicht jetzt nicht irgendwie so komplett hart, aber die sind schon so vier Tage altes Brothart. So, das ist, das sind halt auch nicht immer die schönsten Spiele, weil es halt Iserlohn ist. So, und genau so habe ich mir, also das Spiel an sich, genau so habe ich das im ersten Drittel gesehen. So, genau so habe ich mir dieses Spiel vorgestellt. So, es war eine gewisse Härte drin, es war aber halt hin und her, es waren Torchancen da, so, weil sie halt zwei, drei schnelle Flitzer da haben. Und, ja, und halt ihr Powerplay auch irgendwo gut spielen. So, mit dem Bayley da, das, weiß gar nicht, war das erste oder das zweite Tor von Iserlohn, den er da per One-Timer vom Bulli nimmt, den hat jeder erst gesehen, wo er wieder aus dem Tor kam. Also, das war ja eine Granate, die da an die Angel reingesetzt hat. Also, es musste wahrscheinlich das Netz auswechseln oder anscheinend scheint es B1 zu sein. Deswegen ist es nicht in Flammen aufgegangen. Von daher, alles gut. Aber, ja, wie gesagt, man hat sich einfach selber im Weg gestanden, weil man einfach zu dummen Zeitpunkten dumme Strafen genommen hat. So, und, ja. Ich würde nicht mal sagen, dass die Zeitpunkte dumm waren. Es waren einfach zu viele Strafen. Also, es war generell einfach, du hast Iserlohn zu oft die Möglichkeit gegeben, das Spiel selber mitzubestimmen. Die Notwendigkeit dazu wäre aber eigentlich, hätte gar nicht bestanden. Also, zum Beispiel auch die Strafe von Tuomi, die auch, also auch eine klare Strafe. Du überstehst die Unterzahl und dann gibt es ja so diesen schönen Spruch, so der Wechsel nach der Unterzahl, wenn der Spieler gerade zurückkommt, ist eigentlich die schwierigste Phase, weil, oder die gefährlichste Phase, weil natürlich das Unterzahl-Team muss sich erst wieder darauf einstellen, wieder zu fünf zu sein. Aber auch für die angreifende Mannschaft, das ist gefährlich, weil sie ja eigentlich ja irgendwie noch in ihrer Powerplay-Formation sind. und Iserlohn macht dann da halt kurz darauf, dann nachdem Tuomi wieder aufs Eis kam, halt das 2-2. Und dann halt, ja, dann auch die Strafen, wenn sie schon in der Unterzahl waren, ich meine, die haben fast vier Minuten fünf gegen drei gespielt in dem Spiel. Eine haben sie ja überstanden, die kompletten zwei Minuten. Aber halt dann, die zweite war dann halt kostbar. Und wie ich eben in meinem Anfangspunkt ja gesagt habe, du kannst, du hast diese zwei Faktoren, die Iserlohn enorm gefährlich machen. Und du musst die Möglichkeit finden, also wie gesagt, du wirst es nicht vermeiden können. Dieses erste Powerplay-Tor, was du eben angesprochen hast, das war ein Strich. Rick Goldmann hat gemeint, das war ein Pfeil. Also es war, also natürlich kannst du so eine Gegentore kassieren. Und du kannst auch ein Gegentor der Whitney-Reihe kassieren. Aber du musst dann halt gucken, dass du im Spielverlauf dann halt nicht denen nochmal die Möglichkeit gibst, in Überzahl zu spielen. Und denen nicht nochmal die Möglichkeit gibst, fünf gegen drei zu spielen. Und da meine ich dann auch, also da ist es dann auch, da muss dann halt die Cleverness der Spieler reinkommen. Wenn sie merken, oh, die Linie der Schiedsrichter ist hier schon ein bisschen enger. Und, oder, oder, ne? Also die pfeifen hier ein bisschen strenger, als man das vielleicht erwartet hat. Ja, da muss ich halt vielleicht mal ein bisschen noch mehr auf meinen Schläger achten. Dann darf dir sowas wie Olver kurz vor Schluss, darf dir dann einfach nicht passieren. Und dann, dann kannst du natürlich diskutieren, ja, vor der Strafe, bevor die Eisbeeren das Powerplay-Tor von Merkiernen machen, wo, wo Nöbels gefoult wurde. Äh, ach nee, da gab's, glaub ich, gar keine Strafe. Dann war's, glaub ich, die, ach nee, das war die Grenier-Strafe, kurz vor, vor Ende des ersten Drittels. Wo, 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 ähm, Close-Up macht Grenier einen ganz klaren Cross-Check gegen Nöbels. Der wird nicht gepfiffen. Und danach kriegt er eigentlich die schlechteren, oder die, die, die schwächere Aktion, rein von, von dem, was halt passiert. Äh, äh, dieser leichte Stockschlag auf, auf die Hose von Nöbels, der schon eh außer Balance war und dadurch dann zu Fall kommt. Dafür kriegt er dann die Strafe, wo man dann sagen kann, okay, aber den Cross-Check hast du schon geben können. Und natürlich kann man auch drüber diskutieren, ob nach dem, nach dem, nach dem Powerplay-Tor, äh, wo die sich da nochmal, äh, kurz gerangelt haben, ob man da eventuell nochmal eine Strafe rausgeben will. Ich hab auch versucht, da in der Wiederholung dann nochmal hin und her zu scrollen und, und zu gucken. Ich hab überhaupt nicht entdeckt, was da, vor allem Sängerli hat ja den, 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 die Nase abbekommen. Und der, der, den, ich hab da überhaupt nichts erkennen können, was Sängerli in der Aktion gemacht haben soll, was dazu geführt hat, dass dieser nun plötzlich sauer auf ihn ist. Ja, eben, also da, da kann ja nur sein, dass er nochmal irgendwas Nettes gesagt hat, oder so, also eine andere Erklärung gibt's ja dann nicht. Keine Ahnung. Also, vielleicht hat er einen guten Punkt erwischt beim anderen. Aber wenn wir bei, ja, okay, erzähl du erst mal. Nee, das, das war schon eigentlich so, na, nicht ganz. Ähm, das, was du eben gesagt hast, ich glaub, das bringt ziemlich auf den Punkt zu. Die Cleverness der Spieler war heute einfach nicht da. So, ähm, das ist, glaub ich, so, dass die Gold nur Überschrift heute. Ja. Eine Sache, die mich auch, ähm, ein bisschen gestört hat, oder zwei Sachen, die mich gestört haben, eine ein bisschen kleiner, die können wir kurz abhandeln. Äh, ich hab nicht verstanden, warum die PC-Reihe im letzten Drittel überhaupt nicht mehr aufs Eis kam. Ja. Also, PC, Streu und Mick waren's, glaub ich, die im letzten Drittel überhaupt nicht mehr gespielt haben. Gegen, klar, Iserlohn hatte die paar Tage Pause durch, äh, die Quarantäne. Ähm, wo man, also, was natürlich sicherlich auch ein Vorteil sein wird, einfach, weil die auch, also, wenn, wenn da Spieler nicht erkrankt sind und, und quasi einfach wirklich, ja, eine Woche Pause hatten, dann haben sie natürlich auch länger, also, haben sie auch mehr Kraft, ist ja einfach, ne, Fakt. So, ähm, und dann versteh ich nicht, wenn Iserlohn eh schon von vornherein nur mit drei Reihen spielt, warum man sich dann selber auch noch einschränkt und auch nur mit drei Reihen spielt, wo man vielleicht, also, selbst wenn die PC-Reihe immer nur so 30-Sekunden-Shifts bekommt, glaub ich, ist es am Ende, äh, Luft, die, die dann, ähm, deine Top-Spieler halt mehr haben, wenn's dann halt in die entscheidenden Phasen, entscheidenden Phasen halt irgendwie kommt. Das hat mich ein bisschen geärgert und, äh, kannst du gleich was zu sagen? Weil der zweite Punkt, den ich kurz ansprechen würde, wäre dann noch das Powerplay, was ich nicht so ganz verstanden habe. Wenn du zu den drei Reihen noch was sagen willst, dann jetzt. Nee, naja, halt genau das, was du meintest, so, dass man sich da selber bestimmen hat, wie zum Beispiel ein Deeds, so, ich hab mich, ich glaub, das war nach dem zweiten Drittel, wo mit einmal, äh, ein Deeds, wie aus der Zauberlampe, äh, auftaucht und auf dem Eis, äh, noch kurz zwei Tringel, äh, Kringel dreht, jetzt, weil ihm wahrscheinlich kurz kalt war. Hey, du hast gesagt, oh, 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 Dietz ist heute da? Okay, so, ähm, keine Ahnung, hat der überhaupt in der Sekunde auf dem Eis gestanden? Also, ich hab ihn nicht gesehen. Ähm, ja, nee, genau das ist es so. Und selbst halt die, wenn du halt so eine dritte Reihe hast, auch wenn die da jetzt nicht die produktivste ist vielleicht, oder nicht produktivste, in dem Sinne, dass es halt die torgefährlichste ist, aber das ist ja trotzdem eine Reihe eben, die die Luft verschafft, die dem Gegner dann nochmal ein bisschen zusetzt, die vielleicht trotzdem Druck erzeugen kann, oder eine Chance rausarbeiten, whatever, scheißegal. So, ja, dass man da sich so eben selber beschneidet war, ja, auch nicht ganz gerafft. Powerplay, endlich sprichst du über das Powerplay, Tom. Ähm, ja, also, es war jetzt nicht schlecht, was die da am Powerplay gespielt haben. Ich hab halt irgendwie ein bisschen das Gefühl gehabt, das war so ein Rückschritt in die schlimmen Zeiten des Eisbären-Powerplays, äh, und zwar, dass man nicht so klar erkennen konnte, welche Formationen sollen da auf dem Eis stehen, und wer soll da mit wem eigentlich spielen, weil es, äh, ein wildes Durchmischen der Spieler war. Ähm, wir haben uns ja in der, in der WhatsApp-Gruppe auch da mal hier und da Formationen hin und her geschickt, Hannes und ich, weil wir uns auch nicht so ganz sicher waren, wer da jetzt mit wem und wo spielen soll. Und um das Wo geht's mir eigentlich mehr, weil das hat mich zum Großteil irritiert. Ähm, und da geht's vor allem um die erste Formation, in der Marcel Nöbels mit auf dem Eis steht. Also, als erste Formation würde ich die Beutschak-Nöbels, Foucault, Reichel oder Sängerli und dann halt, äh, Markiernen-Formationen, ähm, einordnen. Und warum ich sage Reichel oder Sängerli, wir haben noch gar nicht angesprochen, dass Max Sängerli wieder dabei war. Max Sängerli war heute wieder dabei. Max Sängerli war wieder dabei und ich fand ihn im Powerplay auch direkt, äh, auffällig. Also, da merkst du halt, welche, dass er als Spielmacher schon große Fähigkeiten hat und sehr stark ist. Und, ähm, er hat aber nicht jedes Powerplay mit dieser Nöbels-Formation gespielt, sondern Reichel hat dann auch ab und zu seine Position übernommen, hat aber ähnlich da gespielt. So, der Punkt, den ich dann, äh, hatte, war, dass Nöbels auf der rechten Halbbanden-Position gespielt hat. Auf der Position, wo ich eigentlich eher Foucault sehe. Weil der halt diesen Direktschuss hat. Und Foucault hat aber den Bumper gespielt, das ist die Position, die quasi in der Mitte zwischen den beiden Bulli-Punkten ist, ähm, wo sonst eigentlich Leo Pöderl stand, der das auch überragend spielen konnte, bis zu seiner Verletzung. Und, äh, ja, Sängerli halt hinterm Tor, mehr oder weniger. Eigentlich Netfront hinterm Tor und Boczak auf dem anderen, äh, auf der anderen Seite. Und, ja, selbsterklärend, äh, wo dann Ryan McKean entstand an der blauen Linie. Ähm, und ich weiß nicht, ich bin mit diesen, also ich, Marcel Nöbels hat ja letztes Jahr eine sehr gute offensive Saison und hat ja auch viele Powerplay-Tore geschossen und hat da auf der Bumper-Position gestanden, wo er Pucks abfälschen konnte, wo er Direktabnahmen direkt aus dem Slot machen konnte. Ähm, und wenn du einen Spielmacher wie Marc Sängerli hast, der von hinterm Tor halt wirklich überragende Pässe spielen kann und ja auch heute in dem Spiel zwei, drei richtig gute Chancen für Foucault rausgespielt hat, der ja dann auf dieser Bumper-Position stand, ich mir da denke, jetzt hätte Foucault eventuell ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Platz für seinen Schuss, aber auf seiner, auf der rechten Halbbanden-Position, also im rechten Bulli-Kreis, wo er diesen Schlenzer-Schlagschuss, wie auch immer er das Ding nennt, rauspacken kann, ähm, glaube ich, dass Foucault stärker und Nöbels auf dieser Bumper-Position ist auch stärker, weil was mich total ärgert und das meine ich dann auch wieder, dieses, äh, dieser Rückschritt in eine alte Powerplay, in das alte Powerplay oder das, ne, wo wir häufig drüber gesprochen haben, was ja Gott sei Dank in der Saison nicht notwendig war, aber Marcel Nöbels hat die Tendenz, sich zu lange mit der Scheibe zu beschäftigen oder anders ausgedrückt, löst sich nicht schnell genug davon und das ist gerade, wenn du, die Eisbären hatten ja selber auch eine 5 gegen 3 Überzahl und gerade dann ist es halt enorm ärgerlich, wenn du eine Situation hast und du hast zwei Spieler vor dem Tor frei oder nur mit einem Verteidiger und du hast den Passweg und du kannst dich nicht entscheiden, auf wen du den Pass jetzt spielst, sondern du spielst dann doch wieder hoch zur blauen Linie und dann musst du doch wieder neu aufbauen, alles zieht sich wieder auseinander, die Isaloner können sich wieder in Position bringen, dann ist das halt enorm ärgerlich und dann lässt du Chancen liegen, die du eigentlich nutzen musst, gerade wenn du, ja, wenn, wenn, wenn das Spiel dann halt nicht so, nicht 5-0 für dich ist, so, sag ich mal. kann alles noch sich natürlich entwickeln, aber wir haben ja jetzt auch nicht so viel Zeit, ist ja möglicherweise nur noch ein Spiel. So viel ist nicht mehr, also im schlimmsten Fall kann ein 48 Stunden Sommer sein, ne? Genau. Also der Fakt ist halt auch da, auch das, also was mir noch aufgefallen ist, heute nochmal besonders, ich sag mal, eigentlich schon in den letzten zwei oder drei Spielen, aber okay, das waren halt die letzten, da wurden Spieler geschont und so, bla bla bla, alles gut, so, aber heute halt auch wieder aufgefallen, das ist auch wieder so, so ein bisschen, es spielt alles auf den Querpass in die Bulli-Kreise ab, so, du halt, du siehst, wie sich das gegnerische Team einstellt, so vor dem, vor dem Tor oder den, den mittleren Bereich im, vor dem Tor dann halt zumacht, dass dieser Pass halt nicht durchkommt und dann geht die Scheibe halt nur rum, so von einem Spieler zum anderen, ums Tor, ums Tor und ein Tor und du hast so ein bisschen das Gefühl, ja, was machen wir denn jetzt? Hier nimm du mal. also auch dieses Stück weit Kreativität und sich auf die Situation einzustellen, so das hat mir halt auch hier und da ein bisschen gefehlt, das halt wirklich nur auf diesen Querpass, also so kam es rüber, nur auf diesen Querpass gewartet worden ist, wo dann halt wer auch immer dann da abziehen kann, so, das fand ich dann halt auch, ja, war auch so eine Kleinigkeit, die dann das große Ganze wahrscheinlich mitgebildet hat. zum Abschluss noch, würde ich dann doch nochmal was Positives anbringen, ähm, ich fand, bei 5 gegen 5 fand ich die Eismann schon eigentlich eher besser und fand, dass sie, wenn Iserlohn versucht hat, die neutrale Zone super dicht zu machen, dass sie da ein paar Mal richtig, richtig gute Ideen hatten. Es gab eine Aktion, Müller auf Reichel, wo Reichel dann alleine, mehr oder weniger alleine aufs Tor zu fahren konnte, wo Müller die Scheibe einen Tick länger gehalten hat, als man, als vielleicht nötig, aber, äh, Reichel dadurch die Chance hatte, hinterm Iserlohner Verteidiger einen kleinen Schritt in die Mitte zu gehen und dadurch komplett frei war. Ähm, dann gab's im ersten oder zweiten Drittel war's, glaube ich, eine Aktion von Merkirnen mit einem super Aufbaupass, der komplett durch die neutrale Zone ging, also da so ein Element drin, hatten sie so ein Element drin, was sie, was sie ja selten haben, weil sie ja eigentlich eher die kurzen Verteidigerpässe im Aufbau spielen, aber da so dieses Element drin zu haben, hey, wenn notwendig, dann spielen wir den langen Pass und haben, äh, haben dann eine schnelle Chance, ähm, das hat mir eigentlich gut gefallen und, und das ist eine Sache, wo die wirklich auch aufbauen müssen, wenn Iserlohner, weil Iserlohner hat das immer wieder versucht, dann die neutrale Zone zuzumachen und quasi diesen kurzen Pass im eigenen Drittel der Eisbären, ja, zuzulassen und da dann nicht drauf reinzufallen, sich da rausziehen zu lassen, damit die Eisbären dann so durch die neutrale Zone kommen, dass die Eisbären ja quasi schon zwingen wollten, diesen langen Pass zu spielen, nee, andersrum, mit der Scheibe in Bewegung dann in die neutrale Zone zu kommen, wo dann viel Verkehr ist und man dann da schon die Scheibe verliert, dass die Eisbären dann gesagt haben, nö, wir können auch diesen langen Pass spielen, wenn ihr wollt, das fand ich gut, das fand ich ein guter Ansatz in dem System der Eisbären, den sie diese Saison relativ selten gezeigt haben. Fällt dir noch was ein, was du zum Spiel zu sagen hättest? Nicht mehr viel. Um auch noch was Positives zu sagen und da jemanden noch mal ein bisschen rauszuheben, war halt halt mal wieder, wer sonst? John Ramech, der in der einen Unterzahl da zwei wichtige Blocks gesetzt hat, wo ich mir auch nur, ich habe nur gesehen, dass das ein Spieler von uns auf dem Boden war und sich halt den Fuß gehalten hat und dann kommt er hoch und dann stand natürlich wieder die 55 hinten auf dem Rücken. Also das ist echt, also das fasziniert mich immer wieder, schon tausendmal erwähnt, aber das fasziniert mich halt immer wieder, was der sich in die Schüsse blockt, was der für Scheiße diese Saison frisst und da alles mitnimmt. Also zum Ende der Saison kriegt der von mir hundertprozentig eine tausender Ibo-Packung geschenkt. Also das ist echt grandios, was der da abliefert und was der da seinen Körper reinwirft. Ja, das fand ich heute wieder, in dieser Unterzahl, der stand da auch, glaube ich, fast eine Minute auf dem Eis. Also das fand ich schon sehr bemerkenswert und lässt ihn noch höher in meiner Gunst steigen. Sehr schön. Ich würde sagen, einen Gawank der Woche machen wir nicht. Ich würde, glaube ich, eher, wenn die Serie vorbei ist, dann so einen Gawank der Serie machen. Gerne, können wir gerne machen. Und ja, dann hören wir uns, ja, dann quasi in 48 Stunden ja schon wieder nach Spiel 2 und hoffentlich ist das dann nicht der letzte kurze Wechsel in der Saison. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf allen Kanälen, teilt das gerne. Lass andere wissen, dass es diesen Podcast gibt, dass es uns gibt. Und ja, wir hören uns. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Ciao. Hauptstadt Eishoff in der Blog. Die machen gute Sachen. Binnen gut.